Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Mein heutiger Gast war der Philipp. Philipp ist ein deutsch-arabisch-stimmiger Deutschlehrer für Zuwanderer, der für sich Jahre später Arabisch als Fremdsprache entdeckt hat und sie meiner Meinung nach sehr gut beherrscht hat. Wir haben in der heutigen Folge über sein Leben und über die Hindernisse bei Fremdsprachenlernen diskutiert. Ich wünsche euch viel Spaß. Lasst uns starten. Deutsch-Arabisch ist ein Podcast für jeden, der Deutsch und Arabisch mag. Arabisch-Alemnisch ist ein Podcast für alle Menschen, die die Arabisch und die Alemisch lieben. Ich würde gerne direkt zu dir kommen, Modar. Philipp, stell dich bitte einmal kurz vor. Wer bist du? Ja, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Hallo, mein Name ist Philipp und Modar. Ich habe zwei Vornamen, einen griechischen, einen arabischen, Modar. Ich wohne in Köln und arbeite als Deutschlehrer für Erwachsene in Sprachschulen und bin auch Sprachprüfer für diese ganzen Deutschprüfungen, die man so ablegen kann für die mündlichen Prüfungen. Und das Thema Sprachenlernen begleitet mich schon sehr, sehr, sehr lange. Als Kind war ich ab und zu in Italien. Da haben die alle Italienisch gesprochen. Das war immer so faszinierend und auch schwer. Mir kam das sehr schwer vor mit dem Sprachenlernen. Und dann später bin ich ab der siebten Klasse in Belgien in der Schule gewesen. Es gibt einen kleinen Teil in Belgien, wo man Deutsch spricht, aber man muss als erste Fremdsprache Französisch lernen. Und seit dieser Zeit ist das Thema Sprachenlernen ganz fester Teil in meinem Leben, weil das war wieder sehr schwer für mich, Französisch zu lernen. Die anderen hatten das schon in der Grundschule gehabt. Und dann ging das immer so weiter mit den Sprachen. Und so bin ich eigentlich wirklich viele, viele Jahre jetzt immer im Bereich Sprachenlernen und Lehren unterwegs. Also mein Vater ist aus dem arabischsprachigen Raum und er hat mir diesen Namen Modar gegeben. Und meine Mutter, dann hier in Deutschland, hat sich, soweit ich das verstanden habe, gedacht, okay, das ist ein schwieriger Name hier. Wir brauchen einen leichteren Namen hier, um irgendwie mit den Leuten zu reden. Und dann haben die überlegt und haben die gesagt, Philipp, Philipp ist doch ein guter Name, kann jeder aussprechen. Philipp ist sehr schlimm zu schreiben, weil es viele verschiedene Arten gibt und alle sind richtig. Das ist das Schlimme, aber es ist sehr leicht auszusprechen. Und deswegen, ich benutze beide Namen, Philipp und Modar. Und ja, so ist das, das ist die ganze Geschichte dahinter. Einfach, die Eltern haben das so entschieden. Also dein Vater kommt aus dem arabischen Land und deine Mutter auch? Oder wie siehst du? Meine Mutter ist aus Deutschland. Achso, deine Mutter ist deutschstämmig, nur dein Vater kommt aus dem arabischen Land. Richtig. Sehr cool, dass das so quasi bei Kulturen, also dein Vater und deine Mutter sich geeinigt haben und zwei Namen für den kleinen Philipp oder für die kleine Mutter sozusagen gegeben haben. Ja, es muss ja nicht alles bei allem immer Streit geben. Man kann auch mal sich einigen. Ja, tatsächlich, tatsächlich. Und ich finde es auf jeden Fall schön. Wichtig ist, dass man quasi seinen Namen liebt und sich damit identifizieren kann. Oder wie findest du das? Also ich muss sagen, ich habe eigentlich immer den Namen Philipp benutzt und dann erst später, der Name Modar ist bei dem Ausweis, dann den erst näher kennengelernt und dann habe ich ihn für arabischsprachige mehr benutzt, weil es war immer so ein, ich muss immer alles erklären. Warum heißt du Philipp und warum heißt du Modar? Ich muss immer alles erklären. Und wenn ich weniger erklären will, dann sage ich bei arabischsprachigen, ich heiße Modar und bei den deutschsprachigen bin ich sowieso immer Philipp. Aber ich merke immer mehr Leute, würde ich sagen, nach einer Zeit nennen die mich eher Philipp, habe ich gemerkt. Also die fangen an mit Modar, so auf YouTube, die lernen mich als Modar kennen und dann irgendwann wechseln die zu Philipp. Viele, nicht alle, aber viele. Okay, interessant. Aber clever gelöst auf jeden Fall, dass du sagst, okay, beim deutschsprachigen Philipp, beim arabischsprachigen Modar. Ja, die Idee ist die, also ich unterrichte seit, ja, schon meiner Jugend und lerne seit meiner Jugend natürlich auch. Und meistens, wenn ich lerne, habe ich immer sehr hohe Ziele. Ob ich die erreiche, ist eine andere Sache, da habe ich kein Problem mit, wenn ich sie nicht erreiche. Aber sehr oft will ich das richtig verstehen, die Sachen. Und wenn ich jemandem was beibringe, es ist immer die Frage, wenn ein Schüler zu mir kommt, keine Ahnung, ich will dieses und dieses Sprachniveau. Dann frage ich, willst du einfach die Prüfung bestehen oder willst du es verstehen? Das ist die erste Frage. Es sind zwei verschiedene Sachen, die ich mache. Wenn du mit mir üben willst, wie du die Prüfung bestehst. Wir üben die Prüfung, bis du sie nicht mehr sehen kannst und du wirst wahrscheinlich bestehen. Ja, wenn du fleißig bist, bestehst du. Ob du wirklich gut Deutsch sprichst, ist eine andere Sache. Wenn jemand sagt, ich möchte wirklich sprechen wie ein Muttersprachler oder besser als einige Muttersprachler. Das geht tatsächlich, das kann man machen. Mit bestimmtem Wortschatz kannst du schnell so sprechen, dass viele sagen, wow, okay, der hat ein sehr hohes Wortschatzniveau. Das nenne ich D1, weil eigentlich hört das System bei C2 auf. Du hast A1, A2, B1, B2, B2 ist super schwer schon, C1, da hören die meisten auf und es reicht auch, um zu studieren, C2 und danach gibt es eigentlich nichts. Und da komme ich ins Spiel. Da sage ich, es gibt noch was danach, das ist D1. Okay, okay, cooler Gedanke auf jeden Fall und clevere Marketingidee, würde ich mal sagen. Ich stehe dahinter, ich lebe das. Also ich gucke immer, was in den Büchern ist und ich sage, okay, es gibt Sachen, die sind in den Büchern. Und wenn du viele Punkte in der Prüfung willst, ich gebe dir noch ein paar Wörter. Und ich kriege manchmal die Antworten auf Instagram, da sagt jemand, ich habe das gesagt in der Prüfung und der Prüfer, der hat so die Augen aufgerissen. Der konnte das nicht gar, ich liebe solche Nachrichten, ich liebe sowas. Mega, mega, mega. Ja klar, gerade wenn man, ich erinnere mich immer noch an meinen C1-Kurs in dem mündlichen Teil, wo ich gesagt habe, ich wollte etwas ausdrücken, womit man einfach realistisch sein soll. Und dann habe ich gesagt, die Kirche soll einfach im Dorf bleiben. Dann hat die Prüferin mich so angeguckt und dann, ich weiß nicht, was die mir sagen wollte, aber dann hat sie gedacht, okay, der Junge versteht sein Werk sozusagen. Ja, das kann man sagen. Die Kirche soll im Dorf bleiben, das ist schon eine Redewendung. Sie ist alt, sie ist gebräuchlich unter Muttersprachlern, aber im Fremdsprachenunterricht benutzt man das normalerweise nicht. Das ist wieder ein gutes Beispiel für D1. Du benutzt etwas, was Muttersprachler kennen, was man normalerweise nicht im Deutschunterricht lernt. Sehr selten, ganz selten sagt ein Lehrer sowas, weil es immer so schwer zu erklären ist, bis die Leute das verstehen, Kirche, hä, nein, das ist, ne, und so weiter. Aber das ist sehr gut. Ich glaube nicht, dass Mudar oder Philipp von Anfang an Arabisch gesprochen hat, sondern das kam danach. Das kam sehr danach. Also guck mal, ich habe das erste Mal in einem Arabischkurs gesessen, da war ich Ende 80, also so 2006 war das. Ich war kurz davor, 19 zu werden, 19 Jahre alt, ich war an der Uni. Das war ein sehr schlechter Arabischkurs. Ich möchte nur ganz kurz was wissen, also ein bisschen mehr noch ausholen. Wenn du uns erklären möchtest, wie alt du bist gerade, das weiß ich immer noch nicht. Und aber auch, was hast du erst mal, als du klein warst, was wolltest du machen überhaupt? Sehr gute Fragen. Also ich bin jetzt 32. Davor, was wollte ich als Kind machen? Als Kind hatte ich viele Pläne, auf jeden Fall. Ich hatte früh die Idee, ein Unternehmen aufzubauen. Später, ich habe gemerkt, dass ich viel mit Gerechtigkeit zu tun habe. Also ich habe große Probleme, Ungerechtigkeit zu ertragen, auch zu sehen. Ich freue mich, wenn es Gerechtigkeit gibt. So bin ich dann erst mal, habe ich erst mal Jura studiert. Ah, okay. Ich habe erst mal Jura studiert. Und aber auch bei Jura war immer dieses Sprachending drin. Ich habe deutsches Recht studiert und US-amerikanisches Recht studiert. Das kann man hier in Köln beides zusammen. Man ist danach kein Rechtsanwalt für US-amerikanisches Recht. Aber du hast dein Zertifikat, du hast schon gute Grundkenntnisse. Und vor allem, du hast sehr heftig Englisch gelernt. Als ich erst mal da saß, ich dachte, ich könnte gut Englisch. Das war nicht so. Ja, da sind ja Wörter mit Fachjargon und das ist schon ziemlich schwer. Ich fand sogar die Wörter, die keine Fachsprache waren, fand ich schon ziemlich schwer. Woran lag das? Das lag daran, in Belgien habe ich extrem viel Französisch gelernt. Ich habe auch Englisch gelernt. Aber ich hatte nicht so ein hohes Englisch-Niveau. Ich wusste das, dass es nicht so gut ist wie mein Französisch damals, als ich an der Uni Jura auf Englisch gemacht habe. Und dann musste ich da wirklich sehr, sehr hart arbeiten. Ich war sehr langsam. Ich musste die Vorlesung aufnehmen. Musste die nochmal hören, dass ich verstehe, was hat er da gesagt? Alter, stopp. Ich stoppe die Vorlesung. So E-Learning habe ich schon gemacht. Ja, und dann habe ich die Wörter nachgeschlagen. Also es war sehr viel Arbeit. Aber natürlich, wenn du das, wenn du das zwei, drei Jahre machst, dann wirst du sehr, sehr gut. Sprich, Philipp, ist mit Sprachen seit der Kindheit sozusagen konfrontiert. Ja, wirklich. Das kann man sagen. Spätestens ab der siebten Klasse ist dieses Thema sehr stark Sprachen lernen. Also nicht so ein bisschen als Schulfach, sondern seit ich da in Belgien war, war das so ein sehr dringendes Thema. Du musst jetzt Französisch lernen. Du musst diese sechs Jahre, die du verpasst hast, musst du aufholen. Und alle, oder die meisten sprechen einfach Deutsch. Und dann sage ich, wie soll ich das schaffen, wenn hier die meisten Deutsch sprechen? Das war die Herausforderung. Das war direkt Druck, sehr viel Druck. Ein bisschen wie die Leute, die nach Deutschland kommen. Ich kann mich da hineinversetzen. Die kommen nach Deutschland. Vielleicht können die was Englisch. Und dann ist hier diese andere Schrift. Das ist ja noch schlimmer. Und auf jeden Fall die andere Sprache. Und du musst sofort viele Sachen machen. Du bekommst Briefe vom Jobcenter. Du bekommst Briefe von da, da, da. Und die reden alle Deutsch. Ich kann mich hineinversetzen. Das bedeutet, also du hast dann Jura studiert. Hast du auch abgeschlossen? Ich habe es abgebrochen. Okay, ich muss sagen, das US-amerikanische Recht, das habe ich abgeschlossen. Das muss ich sagen. Aber das deutsche Recht habe ich nicht weitergemacht. Und habe gesagt, okay, du kannst das jetzt zu Ende machen. Ich könnte das machen, auch heute noch. Aber ich war mir sicher, dieses Thema Gerechtigkeit finde ich nicht in der Jura-Welt. Das habe ich sehr deutlich gemerkt. Ja, also ich habe gemerkt, ich möchte eine Gerechtigkeit entwickeln, die ich zum Beispiel durch YouTube-Videos, so eine Bildungsgerechtigkeit kann ich erreichen. Als Rechtsanwalt ist es meistens zu spät, wenn die Leute zu dir kommen. Und die kommen und die sagen, keine Ahnung, ich, jemand hat das und das, mein Arbeitgeber hat das und das gemacht, mein Vermieter. Und es ist ein sehr, sehr harter Kampf mit sehr viel Schreiben. Und es gibt Waffen, man kann schon etwas schaffen. Aber ich habe gemerkt, ich bin ein Macher. Ich muss Dinge machen. Und dazu gehört, die Leute haben gesagt, okay, du kannst sehr gut anscheinend Deutsch erklären. Aber ich habe gesagt, okay, gut. Dann ist vielleicht, sind YouTube-Videos eine gute Idee. Dann haben Leute gesagt, okay, du kannst gut schreiben. Ja, okay, gut. Dann ist wahrscheinlich ein Buchschreiben auch eine gute Idee. Und so bin ich in diese Macher-Ecke gekommen, statt reiner Beratung, dass ich einfach sage, okay, ja, ich habe Ihren Fall verstanden. Ich schreibe einen Brief an Ihren Vermieter, der darf das nicht machen. Irgendwie dieses, der darf das nicht machen. Das ist wieder so, ich komme damit nicht klar, diese Verantwortung abzugeben. Ich sage, bitte lieber Richter, Sie wissen doch, der darf das nicht machen. Stattdessen bei solchen Sachen wie hier Podcasts und YouTube und wenn du auch Bücher schreibst, hast du die Kontrolle. Okay, das ist dein Content. Und du kannst jetzt den Leuten sagen, wie sie die Probleme vermeiden, dass du am Ende gar nicht zum Rechtsanwalt musst. Und ich merke viele Leute, die nehmen Kraft aus dem abgebrochenen Jura-Studium, weil die sagen, wow, wenn er abgebrochen hat, ich habe das elf Jahre studiert, zehn, ich glaube zehn Jahre studiert. Was ist, einige sagen, das ist verrückt, warum machst du nicht weiter? Ich sage, das ist nicht mein Ding, Alter. Ja, das ist nicht mein Ding. Also ich mag Gerechtigkeit, aber ich mag nicht Jura-Gerechtigkeit, aber ich mag Sprachen. Und so ist das weitergekommen. Gut, dann wie bist du erst mal zum Arabisch lernen gekommen? Also du hast erst mal, du hast ja Deutsch gesprochen die ganze Zeit zu Hause und überall. Dann seid ihr nach Belgien gegangen, dann musstest du da Französisch lernen und auch dazu kommt dann als Fremdsprache noch Englisch. Und dann hast du da schon jetzt fast drei Sprachen, fast drei Sprachen schon gelernt, hast du im Kasten. Aber du weißt, dass du quasi von Herkunft her auch arabische Wurzeln hast. Das fragen viele. Ich korrigiere nur eine Sache. Ich wurde alleine nach Belgien geschickt. Das war ein Internat. Meine Familie, meine Mutter und Schwester sind hier geblieben und die haben mich da zur Schule geschickt. Wie kam es mit Arabisch? Das ist wirklich, ja, das waren mehrere Sachen. Also einmal wollte ich die Herausforderung, ich liebe Herausforderungen und wirklich diese Sprache, Arabisch, das waren mehrere Sachen. Einmal, sie klang so exotisch. Das sind viele Töne, die ich nicht auf Deutsch, Englisch oder Französisch oder Niederländisch kannte. Hein, Khaf, was noch? Ha. Das haben wir nicht. Ha. Ha. Vielleicht ja schon. Ha. Haben wir, aber Khaf, Hein, Ha. Allein diese drei. Das war interessant. Ich sage, wow, was ist das für, was sind das für Töne? Oh mein Gott, weißt du, wie lange ich geübt habe, bis ich Hein und Khaf und Ha aussprechen konnte? Das hat ungefähr sechs, sieben Monate. Ich konnte nicht reden. Ich habe einen Freund gehabt. In Mannheim war das. Das war dieser Ort, wo ich das erste Mal Arabisch gelernt habe. War erst mal in der Uni, ein kleiner Kurs. Und dann habe ich diesen Freund aus Tunesien. Dann habe ich ihm gesagt, okay, bitte korrigiere mich. Ich habe da so Suchen aus dem Koran vorgelesen. Er hat Buchstaben einfach geschrieben und ich habe ihm gesagt, bitte sei sehr streng mit mir. Ja, sag nicht, ja, ist okay, um mich zu motivieren. Weil ich weiß, wenn ich das jetzt nicht richtig lerne, später wird das sehr schwer zu korrigieren. Es ist einmal Ehrgeiz plus, jetzt kommt noch was. Es ist aber auch wirklich, wenn man faul ist, wenn du am Anfang lieber die Arbeit machst und sagst, ich will nicht später meine Aussprache korrigieren. Das wird sehr anstrengend. Dann ist das sehr effizient. Weil übrigens, bei Leuten, die Deutsch lernen, mache ich das auch. Ich sage, meine erste Serie auf YouTube war Keifiyutunutkulalmaniyah. Wie man die Aussprache der deutschen Sprache... Habe ich mir die Videos auch schon reingezogen. Hast du gesehen? Es war keine Grammatik. Es war noch nicht mal, wie stelle ich mich vor. Es war Aussprache, Aussprache, Aussprache. Ich glaube, das spiegelt deine Philosophie in Sprachenlernen wieder. Weil du gemerkt hast, dass es viel mehr darauf ankommt, die Aussprache erstmal zu beherrschen, um die Sprache auch ordentlich zu sprechen. Das ist so. Und als du mich kontaktiert hast hier für diesen Podcast, schrägstrich dieses Video, da habe ich mir schon gedacht, bevor du das gesagt hast, dass du mit einer Deutschen verheiratet bist, da habe ich schon gedacht, das ist so gutes Deutsch, wahrscheinlich ist er mit einer Deutschen irgendwie verheiratet. War eine Vermutung von mir. Man bekommt so mit der Erfahrung natürlich als Deutschlehrer, bekommt man irgendwie so ein Gefühl. Wie kam das dann zu Arabisch? Es ist schwer, es ist exotisch. Ich habe ab und zu meiner Mutter gehört, wie sie es gesprochen hat. Das hat genervt, wenn ich sie nicht verstanden habe. Also ich mag das nicht, wenn jemand so eine Sprache spricht und ich verstehe das nicht. Ich wollte noch und ich will noch viel, viel mehr Sprache lernen. Das ist noch nicht fertig mit Arabisch. Und viele Leute haben mich früher mal gefragt, warum lernst du Arabisch, Alter? Ich habe gesagt, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also ich verdiene damit kein Geld. Es ist ein Hobby. Das war 2006, das angefangen. Da habe ich so ein paar Jahre gelernt. Dann habe ich ein paar Jahre nicht mehr Arabisch gelernt. Ich hatte keine Lust. Ich habe mal so gerechnet, also insgesamt lerne ich seit sechs Jahren Arabisch. Also ohne die Pause. Das sind sechs Jahre. Und es war eine Katastrophe. Ich fand die Bücher, ich habe hier diese Bücher, für die, die das Video sehen, in diesen Bereichen fast alles Arabisch-Lehrbücher. Ich habe, glaube ich, fast alle Bücher, die es auf Deutsch gibt, um Arabisch zu lernen, habe ich fast alle. Ich glaube, eins habe ich nicht. Und die meisten sind wirklich nicht gut geschrieben. Also entweder sehr, sehr schwer, sehr akademisch. Du musst schon super gut sein. Oder sehr langweilig. Und diese ganzen Sachen und auch der Unterricht an vielen Volkshochschulen, nicht an allen, aber an vielen, da sitzen so völlig unmotivierte Lehrer. Aber die haben so gar keine Hoffnung. Wenn ich, wenn ich Arabisch unterrichten würde, ich mache das auch mit einem Deutschunterricht, und ich komme an eine Schule und die sagt, du darfst nur einmal pro Woche unterrichten, dann würde ich sagen, das geht nicht. Wir müssen drei, vier Mal pro Woche unterrichten, aber wenigstens zweimal. Wir können nicht mit einmal anfangen. Einmal ist zu wenig. Ich würde das Spiel nicht mitspielen. Ich würde sagen, einmal pro Woche, das heißt, die Leute werden später deprimiert sein, weil die nach sieben Monaten immer noch nichts können. Aber die machen das Spiel mit. Die sagen, okay, einmal pro Woche. Dann hast du vier Monate gelernt und du kannst sagen, Ende ist mir Philipp. Das hast du geschafft. Also sehr, sehr wenig, aber du hast sehr viel Zeit verbracht. Und so gehen die Leute alle vor die Hunde. Die verlieren die Motivation. Ich habe aber weitergemacht. Nach ein paar Jahren habe ich dann gemerkt, okay, ich kann das irgendwie benutzen, um Leuten zu helfen, wie der Gerechtigkeit. 2015 spielte eine große Rolle, als so viele Leute gekommen sind. Da konnte ich, hey, da habe ich gemerkt, ich kann das benutzen. Und dann habe ich so irgendwie gesagt, du kannst das auch beim Deutschunterricht benutzen. Du kannst das bei vielen Sachen benutzen. Für mich ist es auch sehr interessant, jetzt zu wissen von deiner Perspektive, weil du hast bestimmt ganz viele Schüler bei dir in dem Sprachzentrum hören können, die gesagt haben, boah, Deutsch lernen ist richtig, richtig schwer. Naja, da du ja Arabisch gelernt hast, was sagst du dazu? Was ist schwerer? Ich sage ganz klar, Arabisch ist schwerer zu lernen. Also ganz klar. Und man würde sagen, ja, das sagst du nur bei Deutsch, deine Muttersprache. Ich sage, nein. Ich sage erstmal, jede Sprache, Fremdsprache lernen ist, denke ich, schwer. Ich kann das nicht beurteilen, weil ich nicht alle Sprachen auf der Welt kenne. Aber ich bin da voll überzeugt, es ist immer eine Anstrengung. Niederländisch war am Anfang die ersten Monate, jetzt sage ich, warum war das schwer, aber die ersten Monate war das schwer. So die ersten Wochen irgendwie. Es ist so ähnlich wie Deutsch, aber ich muss immer ein paar Sachen ändern. Das war komisch. Warum muss ich das ändern? Ha, komisch, ne? Englisch war am Anfang auch relativ schwer. Später ist es nochmal schwer geworden an der Uni. Also so leicht, ein Freund von mir sagt, ja, Türkisch ist leicht. Ich sage, okay, gut, kann sein. Kann ich nicht beurteilen. Aber so richtig leicht, dass du sagst, ja, es ist leicht, dann wäre es keine andere Sprache. Das ist der erste Punkt. Der andere Punkt ist, Arabisch ist, ich glaube schon, von den großen Sprachen auf der Welt, die viele Leute sprechen, vielleicht die schwierigste oder eine der schwierigsten. Vielleicht noch mit Chinesisch zusammen. Warum? Jetzt ist die Frage natürlich, warum? Erstmal, die arabische Schrift ist geheimnisvoll. Nenne ich es mal positiv geheimnisvoll. Guck mal, wenn du eine Sprache in der lateinischen Schrift lernst, auf Deutsch zum Beispiel, du hast 99% von den Informationen, wie du das Wort aussprichst, hast du da, ja. Keine Ahnung, das Wort Sprache, da steht Sprache. Du musst lernen, dass S-P-S-P ist, aber du hast die Informationen da. Auf Arabisch musst du so viel wissen, was nicht da steht, diese ganzen kurzen Vokale. Ein Beispiel dazu? Eins? Eins? Ich kann dir drei Millionen geben. Ich nehme als Beispiel das Wort Tafel. Sebura. Tafel. So, da steht Sbura. Okay, da steht Sbura. Woher wissen wir, dass das Sebura ist und nicht Subura oder Sibura? Woher wissen wir das? Du musst das auswendig wissen. Das Wort Ich bin besorgt. Ena Qalik. Ich bin besorgt. Warum ist das nicht Choluk? Warum ist das nicht Chilik? Warum ist das nicht Chilak? Du musst auswendig wissen, dass das Qalik ist. Also, ich würde sagen, das ist die erste Schwierigkeit, die wir haben. Es ist nicht nur eine andere Schrift, zum Beispiel, wenn du Russisch lernst, hast du auch eine andere Schrift. Ich habe mal so auf YouTube ein bisschen Russisch gelernt und ich habe gemerkt, diese Schrift ist viel leichter. Naja, ich habe gesehen, 99% von den Aussprachinformationen sind da. Ich muss die lernen, wie das funktioniert, aber es ist da. Warum habe ich eben gesagt, Chinesisch könnte vielleicht ähnlich schwer sein? Weil bei Chinesisch benutzen wir Symbole und keine Buchstaben. Da ist ein Symbol und du musst auswendig wissen, das ist Haus. Da steht aber nicht Haus. Das ist einfach ein Foto. Aber das Foto bedeutet Haus. Du musst das auswendig lernen. Du musst Tausende, ich glaube 20.000 ungefähr, musst du kennen, damit du eine Zeitung auf Chinesisch lesen kannst. Das ist eine Sache bei Chinesisch, wo ich sage, okay, vielleicht sind Chinesisch und Arabisch ähnlich schwer für Leute, die das nicht gelernt haben als Muttersprache. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, du lernst Arabisch und ich habe gelernt, Li Merde. Ich muss sagen, Eine Teskun. Li Merde Tefal Deli. Und keiner sagt Li Merde. Keiner sagt Einer. Alle sagen Lesch und Wayne. Und ich sage, und wirklich, wir haben in allen Sprachen einen Unterschied zwischen gesprochener Sprache und geschriebener Sprache, auch auf Deutsch. Aber pass mal auf, warum, das Wort warum, bleibt auf Deutsch, egal ob ich das schreibe oder spreche, das bleibt warum. Wo bleibt wo. Und zwischen Li Merde und Lesch, das ist ein, ich habe gesagt, warum sagt ihr alle Lesch? Das sind Welten dazwischen, ja tatsächlich. Das sind Welten dazwischen. Ich würde immer fragen, was genau willst du lernen? Was willst du am Ende können? Möchtest du die Leute verstehen? Und bist du ein geduldiger Mensch? Ich muss erstmal vorher viele Fragen klären. Wenn jemand mich fragt, ich will Französisch lernen, ist es schneller zu klären. Ja, also, aber Arabisch sage ich, okay, was willst du am Ende können? Willst du schreiben und lesen können? Möchtest du die Leute auf der Straße verstehen? Wir haben ein anderes Programm dafür. Wenn du ein Wort suchst, im deutschen Wörterbuch steht manchmal in Klammern Österreichisch oder Schweiz oder Süddeutsch. Süddeutsch heißt oft, nicht nur in Deutschland, sondern auch Schweiz und Österreich und in Italien, Südtirol, die alle zusammen. Wir haben viele Sachen gemeinsam. Also Dialekte gibt es auch auf Deutsch. Nur, ich würde sagen, zum Glück für die Leute, die Deutsch lernen. Ich spreche jetzt hier Hochdeutsch, Standarddeutsch und niemand sagt, wow, warum redest du so? Aber bei so einer Sprache wie Arabisch ist das immer eine Ausnahme, dass jemand so spricht. Ja, und du musst das erklären, warum du jetzt so sprichst und nicht wie die Leute auf der Straße. Und ich sage, ich verstehe nicht, ich habe das nicht gelernt, wie die reden. Ich habe das nicht gelernt. Also, ich würde sagen, um das weiter abzuschließen, abzurunden, die Schrift ist ein Riesenproblem. Nicht, weil es andere Buchstaben sind, das ist eine Sache, aber einfach, du hast nicht alle Informationen da stehen. Du musst vorher wissen, was das ist, damit du das lesen kannst. Das macht, also, du musst dir vorstellen, der Anfang auf Arabisch ist so, und ich sage das nicht irgendwie, um mich zu beschweren, sondern das ist so objektiv. Jemand hat die Buchstaben gelernt und trotzdem kann er nicht lesen. Eine normale Zeitung. Ja, das ist so, das ist so ein verrückter Zustand. Er muss erst diese Wörter lernen, damit er diese Wörter aussprechen kann. Das macht es so schwer. Zweiter Punkt, du kannst nicht in einem Café sitzen und einfach ein bisschen Arabisch hören und dann wirst du automatisch besser im Lesen auf Arabisch oder so. Dein Wortschatz wird besser. Die Leute reden in ihren Dialekten und du brauchst, du brauchst einen separaten Kurs, um die Dialekte zu verstehen. Also, es ist so interessant, die Arabischsprache zu lernen, weil es ist für beide Seiten interessant. Nicht, weil ich auf einem Multikulti-Kuschelkurs bin, sondern weil ich wirklich überzeugt bin, du kannst Sachen lernen, die du vorher nicht siehst, weil, weil du nicht den Raum siehst, in dem du drinnen bist, weil du drinnen bist. Es ist gut, von außen etwas zu sehen. Wir sagen oft manchmal, ja, du hast keine Ahnung von meinem Bereich, weil du bist kein Fachmann. Kein Fachmann zu sein, ist manchmal sehr gut, weil du von außen Sachen siehst, die die Leute im Fach nicht sehen. Und so ein Zustand, dass das einfach eine Sprachrealität komplett anders ist, das habe ich vorher mir nicht vorgestellt. Das gab es auf Englisch nicht so krass, auf Französisch nicht so krass, auf Niederländisch, alle haben Dialekte, mal weniger wiss ich mir so, aber so krass, das konnte ich mir nicht vorstellen, dass es sowas gibt auf der Welt. Ich dachte, alle haben das so wie unsere Sprachen. Es gibt irgendwie Wörterbücher, wir lernen in den Wörterbüchern und wir lernen mit dem Radio und mit dem Fernsehen und wir reden alle so, in unseren Dörfern reden wir unsere Dialekte, aber normalerweise reden wir nicht so. Ich dachte, das ist so auf der ganzen Welt, in jeder Sprache so ganz normal. Und dass Dialekte die Ausnahme sind. Und dann habe ich gemerkt, okay, es gibt Sprachen, wo das umgekehrt ist. Worauf ich hinaus wollte, ist, durch diese Distanz von außen lernt man einfach, noch ein Punkt, den ich über Arabisch erst verstanden habe, dass wir, wenn wir über die Vergangenheit auf Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch sprechen, benutzen wir fast immer Hilfsverben. Ich bin gegangen. Wir können nicht sagen, es ist grammatisch falsch, ich gegangen. Wir brauchen dieses bin. Das ist einfach eine feste Regel. Und ich dachte, das ist normal, weil auf Französisch sagen wir das auch. Wir sagen genau auf Französisch, ich bin gegangen. Genauso übersetzt. Oder wenn du dich beschreibst auch, ich bin müde. Ich bin müde. Und dann auf Arabisch, dass man über die Vergangenheit spricht. Ich müde. Ich müde, dass du einmal sagst, ich müde, und das heißt, ich bin müde. Okay, das fand ich ein bisschen, ich fand das nicht so cool. Ich fand dieses Verb, ich bin immer sympathisch. Aber über die Vergangenheit zu sprechen, ohne Hilfsverb, das fand ich sehr effizient, weil ich Effizienz mag. Ich sage, okay, warum haben wir zwei Verben, nur um über die Vergangenheit zu sprechen? Das ist nicht effizient. Und das ist ein Punkt, den ich besser finde, an der arabischen Sprache. Ich sage, wir haben eine Endung. Ich nehme mal als Beispiel The Heptu. Dieses Tu, am Ende zeigt ganz genau Vergangenheit und ich. The Heptu, du bist gegangen und so weiter. Ich sage, das ist sehr effizient. Das gefällt mir sehr gut. Und dann habe ich gemerkt, das machen viele Sprachen so. Und dass nur ein paar Sprachen, ein paar große Sprachen, das mit Hilfsverben machen. Ich sage, oh Gott, ich dachte, das ist normal auf der Welt. Ich habe das nicht gemerkt. Ich war in diesem Raum. Ich sage, ja, ich kann drei Sprachen, ja, aber diese drei Sprachen sind ziemlich ähnlich. Was ich nicht wusste, ich dachte, Deutsch und Französisch, das sind unglaublich andere Sprachen. Und dann erst habe ich gemerkt, nein, die sind sehr ähnlich. Ich weiß nicht, inwiefern du Preis von deinem ein bisschen privaten Leben geben möchtest. In der Hinsicht, da du ja Deutsch bist, aber nicht Deutsch aussiehst. Wie hat, wie hat das das Leben von Philipp geprägt? Das hat das Leben von Philipp extrem geprägt. Hat dir die Folge gut gefallen? Dann abonniere den Kanal und bewerte ihn positiv. Denn der nächste Teil wird richtig spannend sein. Ich wünsche euch jetzt je nachdem einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bis. Das war's schon wieder mit Deutsch-Arabisch. Bis bald. Ken Makuna Amir für Arabi-Almani. Ist er nun in der Halaat al-Jaye.